Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten euch ermutigen. Eine Frau schreibt uns folgendes. Sie haben mir mit der Sendung Hoffnung um 12 so gegen die Angst weitergeholfen. Sie sind am 1. April 2020 mit der Sendung gestartet. Am 6. April brach bei mir eine Angst- und Schmerzkrise los. Zum ersten Mal haben sie durch Hoffnung um 12 am 8. April gebetet und noch weitere Male. Ich staune, wie Gott es geführt hat. Danke für alles. Wie wunderbar, wie Gott doch Gebet erhört. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Gutes ist für dich unterwegs. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gutes ist für dich unterwegs. Ich habe da ein Beispiel. Die meisten wissen, wie eine Kreuzfahrt funktioniert. Und da war eine Familie, die war sehr, sehr arm, wollte aber mal eine Kreuzfahrt machen. Und das war ein Lebenstraum. Und sie haben gespart und gespart. Und irgendwann war das Geld zusammen. Sie sind auf das Schiff gegangen. Es war alles so wunderbar. Sie haben das nicht viel kostet, dass das Essen nicht viel kostet, haben sie Vesper mitgenommen. Und auch das Trinken haben sie sich mit Wasser begnügt. Es hat ihnen gereicht, weil es sollte nichts mehr kosten. Sie haben schon alles ausgegeben. Es war so schön alles. Und am letzten Tag dachte der Vater, ich frage mal, ich frage mal im Restaurant, was das Essen kostet. So ein Abschlussessen für diese Kreuzfahrt, das wäre noch was für meine Familie. Ich schaue mal, ob ich es mir leisten kann. Er ging in den Speisesaal, ging zum Opa und sagte, was kostet für meine Familie ein Nachtessen. Er sagte, ich verstehe Sie nicht. Ja, ein Nachtessen mit allem drum und dran, ob ich mir das leisten kann, was kostet ein Nachtessen. Und der Opa sagte, wussten Sie nicht, dass wenn Sie auf dem Schiff sind und alles bezahlt haben, für Sie alles kostenlos ist. Sie können überall hin, Sie können alles genießen und es ist alles für Sie kostenlos. Und so sind wir manchmal im Glauben unterwegs. Wir sind auf dem großen Boot mit Jesus unterwegs. Wir nennen uns Christen und alles liegt für uns bereit. Und wir meinen, da müssen wir bitte sagen und dort und darf ich das und so weiter. Ich sage dir, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen mein Leben lang. So steht es im Psalm 23. Es wird dir folgen, nimm es, nimm es, greife zu. Danke, Herr, dass Gutes und Barmherzigkeit für uns da ist. Ich danke dir dafür, dass du Wunderbares getan hast und dass wir zugreifen dürfen. Lass uns das Gute erkennen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Guten Morgen, liebes Gebetsteam. Ich bitte euch um Gebetsunterstützung. Ich habe mir am Mittwoch eine sehr schmerzhafte Rippenprellung zugezogen. Ich bin auf einen Stuhl gestiegen. Der Stuhl kippte und die Lehne ist mir in die Rippen gestoßen. Vielen lieben Dank für euer Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die da so eine schmerzhafte Rippenprellung hat. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Schmerzen besiegt sind am Kreuz. Und wir widerstehen auch jedem Schmerz im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du diese Rippen wieder vollkommen in Ordnung bringst und dass der Schmerz verschwindet. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und eine weitere E-Mail von einer Frau berichtet uns. Mein jüngster Sohn ist Raucher und schafft es nicht, von der Sucht loszukommen. Ich selbst habe eine unangenehme Untersuchung vor mir und bitte den Herrn um Hilfe und Beistand und auch für meinen Sohn. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Sohn kennst, der so an das Rauchen gekettet ist. Und im Namen Jesu brechen wir jetzt diese Kette. Und dass er frei wird und dass er wirklich loskommt von diesem Rauchen, von dieser Sucht. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Sucht besiegt ist am Kreuz. Und dass das wirklich im Namen Jesu gebrochen ist. Und ich danke dir auch für alle anderen Menschen, die unter einer Sucht leiden, dass diese Sucht besiegt ist und zerbrochen ist, gebrochen am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir, dass du diese Menschen freisetzt, dass sie nicht mehr gebunden sind an diese Sucht. Und auch diesen Mann, Jesus, danke. Und auch die Frau mit der Untersuchung. Ich danke dir, dass da alles in Ordnung ist. Dass du auch darum weißt und dass du das in deiner Hand hast. Dass es in Ordnung ist und dass sie keine Sorge und keine Angst mehr haben braucht. Danke, Jesus, dass auch diese Angst besiegt ist am Kreuz. Amen. Amen. Ja, und eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen. Aber zuvor dürft auch ihr uns euer Gebetsanliegen schicken und die Infos sind eingeblendet. Ja, und diese Frau schreibt uns, Ich habe starke Schmerzen in der linken Hand und es zieht hinauf bis zur Schulter und in den Ellenbogen. Drei Finger sind geschwollen. Bei Nacht kann ich nicht schlafen wegen den Schmerzen. Jetzt kriege ich Massagen, aber diese helfen mir nicht. Es wird noch schlimmer. Ich bin ihnen dankbar, wenn sie für mich beten. Und das tun wir gerne. Ja, genau dafür wollen wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt die ganze Situation kennst, die Schmerzen kennst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich eine Entspannung in die ganzen Nervenbahnen hineinrufen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass alles, was verkrampft ist, Herr, was auch irgendwo sperrt, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich eine Entspanntheit auch in diesen Körper hineinrufen dürfen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du auch der Löser all dieser Dinge bist, die das hervorgerufen haben. Ich danke dir dafür, Herr, dass nicht nur die Schmerzen weg sind, sondern auch die Ursachen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Anliegen. Zuerst möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ich sie um Gebet bitten darf. Meine Tochter hat ein Gewächs am Körper und die Werte sind übermäßig gestiegen. Im März soll sie operiert werden. Wir glauben an eine Berührung vom Herrn und dass alles gut wird und sie wiederhergestellt wird. Ich bin so dankbar, dass ihr für meine Tochter betet. Viele Grüße. Ach, wie schön ist es, wenn wir so ein Anliegen bekommen und da steht drinnen, ich glaube, dass Gott hilft. Und wir glauben und dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr, dass du der Herr bist, dass wir glauben dürfen, dass du Gebet erhörst. Und danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, auch, dass dieses Gewächs verschwindet. Herr, im Namen Jesu, es hat kein Anrecht, es hat zu vertrocknen und auch, Herr, wenn eine OP nötig ist, lenke die Hände der Ärzte und dass dann alles erledigt ist und diese Frau total gesund sein darf. Danke. Amen. Und Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und eine Frau aus Süddeutschland hat folgende Gebetserhörung erfahren. Ich bin unendlich dankbar für die Andachten. Sie haben mir schon sehr geholfen. Ich litt die letzten Wochen an unheimlichen Schmerzen in den Kniegelenken, rheumatische Arthrose, konnte kaum mehr gehen und mich bewegen. Jetzt, Gott sei es gedankt und auch danke für Ihre Gebete, bin ich so gut wie schmerzfrei. Und eine andere Frau schreibt uns dieses. Herzlichen Dank für die Gebetsunterstützung. Ich bat um Gebet für eine junge Albanerin, die Gott uns anvertraut hat, für eine bessere Arbeitsstelle und eine eigene Wohnung für sie. Gott sei Dank, sie hat alles bekommen und ist dankbar und glücklich. Ja, Gott kümmert sich doch wirklich um alles. Und um jeden. Und bei der folgenden Gebetserhörung geht es um eine Rechtssache. Vor längerer Zeit war ich sehr verzweifelt und bat für meinen Sohn um Hilfe. In einer Rechtssache musste er, ohne großen finanziellen Schaden zu erleiden, wieder herauskommen. Als ich euren Brief mit der Zusage, dass ihr für ihn und uns beten werdet, erhielt, war ich sehr froh. Der Rechtsstreit wurde beendet. Für meinen Sohn und seine Familie entstand kein finanzieller Schaden. Ich bin so dankbar. Danke auch für das Magazin Freude am Leben. Und eine Frau schreibt uns aus dem Hohen Norden. Ich bat euch um eine Gebetsunterstützung wegen meinem starken Haarausfall. Dies hatte mir große Angst bereitet, dass ich voller Sorge war. Ich möchte euch herzlich dafür danken, dass ihr mich dabei unterstützt habt. Gott hat das Gebet erhört. Der Haarausfall ist weg. Ich bin dafür sehr dankbar und glücklich, dass Gott mir Heilung geschenkt hat. Und das kann man nachvollziehen, dass diese Frau glücklich ist. Wie wunderbar. Wir haben einen Gott, der uns ganz nahe ist im Alltag und es auch sein möchte. Nicht nur am Sonntag, sondern für alle Dinge, die unser Leben schreibt oder wo wir irgendwo drin sind. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Schreibe uns auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, nun der Tipp des Tages. Wir hatten es. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nimm dir mal wirklich Zeit und registriere, was heute Gutes an dir passiert. Du sagst, ach ja, schon zu spät aufgestanden und das noch und jetzt muss ich gleich noch weg und das muss ich noch und jenes noch. Ich sage dir, du hast dich vielleicht schon an das Gute gewöhnt, das bei dir passiert und siehst nur noch die negativen Sachen. Registriere mal, was Gutes in deinem Leben passiert. Wenn du Nöte oder Sorgen hast, darfst du uns gerne dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten gerne für dich und auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ich möchte heute schon einladen für unsere Gebetsnacht, die wir an Karfreitag haben. Wir machen die Nacht wieder zum Tag, weil wir keine Präsenzveranstaltung machen können. Wir können nicht sechs Stunden mit den Masken in der Kathedrale sitzen. Drum werden wir es online machen. Am Karfreitag, 14 Uhr beginnt es. Lade andere ein. Gott wird wirklich Großes tun. Und noch eine Bitte. Sag uns, wie dir diese Sendung gefällt. Wir würden es gerne weitersagen. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir Gottes Segen. Bis bald. Alles Gute. Der Herr segne dich. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schick uns dein Faust. Vielen Dank.